Es ist Gott überlassen, aus Wolken Trotten zu machen. Aber wenn du willst, dann lass ich es wehken. Voll die Gummis vom Bündel, erst die Puffis zum Krimpeln. So als hätten wir nicht mehr lange zu leben. Freunde, ich freue mich sehr, euch sagen zu dürfen, dass ich dieser Next-Künstler bin. Ich zeig euch mal, wie so zum Beispiel, Boy, wo bist du, entstanden ist. Und zwar habe ich ein paar schöne Korts gesucht, die so gehen. Und dann fange ich an, Melodien zu suchen. Manchmal fallen mir dann auch direkt Wörter ein. Und ich schreib mir auf WhatsApp, SMS, sendet Snaps. Lass mich wieder mal, lass mich wieder mal. Boy, wo bist du? Da war ich mit Gorex im Studio und er hatte einen Freund dabei, Alex. Der hat so rumprobiert an Korts. Und die haben mir dann noch nicht so ganz gefallen. Und dann habe ich diese hier draus gemacht. Und dann auch direkt die Top-Line. So Freunde, jetzt hört euch mal bitte mein neues Album Drei Farben aus hier auf dieser an. Ich muss hassen für den Traum von einem guten Auto und einem guten Haus. Ey. 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 Ey.